Ja, Marden Burrow kann selbstständig sein Auto verlassen. Das ist natürlich immer das Wichtigste, dass den Fahrern nichts passiert. Aber einmal mehr zeigt dieser Unfall, wie sicher die folgenden drei Autos sind. Tom Blomf ist das Auto mittlerweile auf dem Abschleppwagen. Am Abschleppseil des Autos von Manz-Grenhagen. Auch ihm scheint da nichts passiert zu sein. Das Auto allerdings kalt verformt. Damit hat der Mannschaft von Van Amers Ford Racing einige Überstunden aufgepumpt. Das fällt jetzt hinter dem Safety Car. Rosenquist vor Kviat, Manz-Grenhagen auf der 3, dann Lukas Hauer vor Latifi, Jordan King dahinter auf der 6, Wolf, Tinknell, Berrani. Da hat aber trotzdem Macedo die Nase vorn. Rosenquist ganz vorne. Das war nochmal der Dreher von Jan Marden Burrow. Einer der Pechvögel, die hier in den Unfall verwickelt sind, ist unter einer Manns-Grenhagen gewesen. Der hat erstes in voller Wucht hier auf die 27 aufgefahren ist. Stefan Fucker ist unten beim Teamchef von Pan Amers Ford Racing. Ja, so sieht es aus. Und den fragen wir natürlich nach diesem Unfall. Beide Fahrer mit denen beteiligt gewesen. Wie haben Sie die Situation gesehen? Ich habe gerade gesehen auf dem Fernseher. So, so nur kann man es. Aber wie ich es selber sehe, also ich bin am Ende im Moment. Ich meine, solche Elend soll man sich nicht wünschen. Wieder zwei von mir dabei beteiligt. Ich meine, das ist richtig scheiße. So kann es nicht anders sagen. Das heißt natürlich jetzt auch, ich spüre die Enttäuschung bei Ihnen. Jede Menge Arbeit, wenn beide Autos dort ziemlich heftig beschädigt sind. Ja, so sieht es wohl aus. Ich habe die natürlich noch nicht gesehen. Aber ich habe da große Angst, dass wir wirklich große Summen zahlen müssen für Teile und so weiter. Und eigentlich, das ist schon... Aber ich glaube, wir haben das ganze Wochenende keine Autos ins Ziel gehabt. Also nicht ohne Boxenstopp oder irgendwelchen. Es ist wirklich schrecklich. Zumindest man kann jetzt bei dieser Aktion sagen, vom Glück, dass beide Fahrer unverletzt zurückkommen. Ich glaube, bei der Maske da irgendwie der Reifen noch vorne drüber. Also der Geschwindigkeit da war nicht so hoch. Also, weil die sind unverletzt, das ist wirklich immer das Wichtigste. Aber trotzdem, meine... Ich bin nicht so... Das kann ich absolut verstehen. Ich würde sagen, kann man nicht viel sagen. Shit happens. Und wir hoffen natürlich, dass es in ein paar Wochen am Noris Inc. besser läuft. Viel Arbeit jetzt für Sie. Trotzdem von unserer Seite Kopf hoch. Ja, da sieht man natürlich auch, das ist ein Kostenfaktor. Formel 3, Europameisterschaft. Und der Teamchef von Amersfoort, der, ja, muss jetzt hart schlucken. Weil das sind enorme Summen, die da jetzt gerade verbraten worden sind. Olli, du kannst uns natürlich noch ein bisschen besser einordnen, was da jetzt auf das Team von Amersfoort wartet in den nächsten Wochen. Vielen Dank, Stefan Fugger. Ja, klar, wir haben Amersfoort-Autos mit involviert. Erster Dreher von Ian Marden-Borough. Das ist wirklich bitter, das ist Horror. Zum Loppes reißt sich da die Hinterradaufhängung ab. Aber der steht jetzt da, kann nichts machen und sieht die anderen Kollegen auf sich zufahren. Alvoran Manns, Grenhagen. Und auch Dennis Vandela, der da nicht mehr ausweichen kann. Safety Car ist auf der Strecke. Dennis Vandela ist mittlerweile unten wieder bei seinem Team an der Box angekommen. Und mein Kollege Stefan Puckert ist mit Mikrofon und Kamera dort. Ja, haben gerade den Teamchef gehört. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal den Fahrer fragen, Dennis Vandela, wie er diesen Unfall gesehen hat. Dennis Vandela, we saw the accident in the television. Maybe you could briefly reconstruct the accident from your point of view. I was going into the first corner behind my teammate and I saw Marden-Borough spinning and I was trying to avoid him and then my teammate, he crashed into him and I could not avoid him so a bit unlucky, but all because of the bad qualifying on Friday. Because if you have a bad qualifying, you are in the middle of the pack and these things happen. Your Teamchef is really disappointed. It was a weekend without any car and at the finish line, so a weekend to forget. Yeah, for sure. They ran one and two in the car and on the finish line with Devin St. Pallas. So it was really, really his fun weekend and onto the Norris Ring. Double R Racing, das Team bei dem Kimi Räikkönen bis vor einigen Jahren mit involviert war. Ja, geht eindeutig nicht auf die Kappe des Italieners. Ich kann die Startnummer des involvierten Fahrzeugs leider nicht erkennen, aber es sollte Eddie Jeever gewesen sein. Die Startnummer 25, einer der Prima-Piloten. Zumindest rutscht der gerade auf dem Zeitmonitor von vorne nach hinten durch. Rauch heißt die Kurve und da gab es gerade dicke Luft, beziehungsweise wenn man diese Gesten sieht, da gibt es dicke Luft zwischen den beiden Fahrern, aber vollkommen zu Recht auch die 7 mit beschädigten Frontflügel, auch Sven Müller. Ja, der Junge im Marconcetonesian, wobei ich würde ihm gar nicht unterstellen, dass er es absichtlich gemacht hat. Er kam da in so eine Senke rein und das Auto sprang wieder zurück in Richtung Strecke. Da kann man nicht mal unterstellen, dass er reingelenkt hat. Ja. Ja.